Herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Bei mir ist es jetzt eine Woche her, seit dem letzten Part, bei euch 1-2 Tage. So, im letzten Part kann ich mich noch daran erinnern, wir haben diese fliegenden Augen, die wir besiegen mussten und da waren noch 2 E-Files. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie hoch sie sind. Okay, alles besser, der Nerven nur. Okay. Dann lass uns mal gucken, hier ist der Zielbereich, da haben wir jetzt alles abgecheckt, dann würde ich hier rüber mal gehen. Okay. Dann lass uns mal ein paar zu aus, was auch da noch zu wäre. Oh ja, das scheint doch nicht. Ah, hier, genau. Natürlich, dringendes Auge. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie wir gegen die gekämpft haben. Ich hätte das noch gewusst, wenn... Ich glaube, den muss man gleich nochmal analysieren. Ich weiß irgendwie nicht mehr, was das war. Wind! Wie sagen wir Wind nicht ausgewählt? Da hat sie Wind. Nein, ich weiß gar nicht mehr, was das ist ein Kampfer, hier. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist ein Kampfer, hier. Was? nein 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 es feiert sich das heißt ich es heißt ich auch da jetzt auch danke b ist auch besiegt holy shit ja zum verängstigen unsere kennen ich weiß nicht mehr wohl war da bist du ja ich habe schon von deiner heldentat gehört shinra-roboter die sich in die slums verirren daran kann nur die explosion im makro reaktor schuld sein die dachten bestimmt sie patrouillieren noch im reaktor und haben mich daher als eindringling identifiziert möglich fast tun sie mir leid konnten nur tun wozu sie programmiert wurden was erwarte ich auch von shinra während gardisten sind ja nicht anders das weißt du schon jedenfalls wäre der fall damit gelöst oder und wenn sie wieder ein problem haben wissen sie ja jetzt an wen sie sich wenden können natürlich es war wirklich ein glück dass ich euch begegnet bin ihr habt mich gerettet vielen dank für eure hilfe immer wieder gerne kann ich dich vielleicht um noch ein gehalten was vor dem waffenladen sitzt ein älterer herr der ziemlich geknickt aussieht sprich ihn doch mal an okay schutzstiefel was ist das denn schützt vor dem zustand gemacht und stop so da ist das lösungsempfehlen doch cooler willst du eine waffe äh achta oh dich kenne ich doch du bist also der den sie den alles können nennen weißt du heute ist der todestag oh nein und ich würde gerne ihr grab besuchen ja los aber auf dem friedhof haben sich grausige bestien eingenistet könntest du könntest du vielleicht an meiner stelle zum grab meiner frau gehen und beten ach du kannst doch mitkommen ich habe aber gehört dass das tor verschlossen worden sein soll damit sich kein nichts ahnender mensch dort hinein verirrt heißt es sag mal haben wir beim logi nicht eine friedhofsschlüssel getauscht ach haben wir den schon jahre wo ist das okay also ich hätte auch den da hätte ich ausnahmsweise ich sag's wie es ist ähm ausnahmsweise hä warte mal wo ist denn der friedhof da ähm ich hätte den auch ausnahmsweise mal so ne scheiß mission gemacht weil sie haben es halt so schön inszeniert und diese stimme alle synchronsprecher sind tatsächlich passend oh nein ja Shiva muss ich auch noch besiegen ich habe mir überlegt das machen wir in einem großen xxl part wo ich einfach immer wieder versuche wenn er dann eine stunde lang wird wird er eine stunde ähm ja hier lang dann gleich rechts so wo rechts zwei zwei drei vorne okay aber es tut das gut mal wieder ein paar aufträge zu erledigen ach das ist der frito nö sag ich nicht das ist die neue Art von denen und dann gleich dreimal mich kriegt keiner unter mich kriegt keiner unter mich kriegt keiner unter boah alter ach wir sind schon wieder vergiftet ich kack ab ich hasse so ne kacke so jetzt aber ja er willf auch analyse frost ich glaube es ist ja schon wieder vergiftet oh meine güte nein nein oh du Ficker ähm Entschuldigung für den walkway oh danke du bist die beste nein nein ja das war eigentlich nichts mehr davon ja das war eigentlich nichts mehr davon du kannst noch nicht ist ja hilfe 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 alter kann doch nicht sein wenn ich gerade im Gegengift ansetze das dann so ein Kack kommt ernsthaft Das fackt doch nur noch ab. Nein, wir haben Feuer. Wir haben Feuer. Oh nein, sie ist tot, das ist ganz, ganz schlecht. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Um, da, ein Mal, und so ein Mal. Nein. Wieso bin ich dann schon wieder vergiftet? Ich glaube, wir konnten hier nicht voran. Jetzt. Jetzt. Warte mal. Warte mal. Warte mal aus dem Kampf raus. Dann wählen wir nämlich kurz Gift mäßig aus. Wisst ihr? Wisst ihr? Es war doch hier irgendwas, was vor... Das war doch hier irgendwas, das vor Gift geschützt hat. Haben wir das verkauft? Haben wir das verkauft? Sag nicht, ich hab diese Scheiße verkauft. Was war das hier? Was war das hier? Das ist ganz umsonst. Oh. Sie hat Eis. Oh. 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 Ich bin weggegangen. Ja, wie auch wollen wir das denn noch sehen. Du Kuh! Also nicht Aerith. Ich bin bereit. Drauf, drauf, drauf! Oh, meine Fresse. Also, ich habe das Gefühl, hier geht gar nichts mehr. Nein, 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 nein! Wir sind schon wieder vergiftet? Es hat doch gerade ist... Ich bin bereit. Ich bin bereit. Mann! Du kannst mich jemanden ablösen? Jetzt liegt es an dir. Hier wird schon was einfallen. Ja, ich bin bereit. Komm an! Wir sind schon wieder vergriffen, es hörte einfach nicht auf. Alter! Ja, sie ist weg. Das war's dann! Übernimm du! Kein Rezept zum Rausruhen, oder? Nein, was denn? Nein! Mann! Ich bin, äh, sorry, ich hätte schränkt noch mal mit. Also, fertig. Also, fertig. Ah, nicht vor allem eine Kommentation, aber das ist hier gerade... Jetzt! Nein! Warum muss ich jetzt durch? Einfach beschissen... Nein! Alles dreht sich! Zunächst mal heilen! Ah! Ich versuche hier gerade irgendeine Taktik rauszudenken. Ist Anna tot? Wow! Jetzt hätte ich an Wohl tun, denn wendet der eine mittlere Meinung hin. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft! Wer braucht denn eigentlich ein Gegengift für sie? Was ist mir jetzt? Das hat doch jetzt gar nichts gebracht. Das wird doch nicht so. So, nur noch eine. Das wird deutlich einfacher. Okay, okay. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind ziemlich sicher. Wir sind wieder wach. Ich helfe dir. Wie? Da geht es mir. Oh mein Gott, wer los? Nichts überstürzen. Bin ich jetzt drin? Nee. Los, drauf da. Sag jetzt, richtig ist vergiftet. Oh Mann, geh doch endlich mal drauf, bitte. Ah, was kuriert hier Schlaf? Das hier. Ach jetzt. Okay, okay, okay. Oh, jetzt hat die... Alter. Alter. Wie ist er schon wieder vergiftet? Keine Angst. Ich glaube, Simit ist gleich voll. Deswegen kämpfe ich euch noch nicht hin weiter. Bitte, krepier endlich. Bitte. Ich mache ihn jetzt fertig, bitte. Welche letzten Worte? Ah, wow. So haben wir auch wieder ein Part gefüllt. Das alles nur verbeten. Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Ach, und das machen wir im nächsten Fall. Wer sehen muss es dann wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.